Ich habe als Kind mit dem Drehen angefangen und habe eine Kinderserie, Rappelkiste, gedreht. Hatte dann eine Hauptrolle. Wir haben einen Kanal gedreht und dann ist ja der O-Ton meistens nicht gut genug und dann muss ja auch bei deutschen Filmen nachsynchronisiert werden. Und da war ich dann mit sieben Jahren das erste Mal im Synchronstudio, habe mich selbst synchronisiert und der Tonmeister hat gesagt, Mensch, du bist ja ein pfiffiger Junge, hast du Lust auch mal amerikanische Schauspieler zu synchronisieren? Das hat mir natürlich mit sieben Jahren überhaupt nichts gesagt. Ich dachte, alle Schauspieler sprechen Deutsch. Und habe gesagt, ja klar, gerne. Und so bin ich zum Synchronen gekommen und habe dann später auch meinen Bruder mitgenommen. Also so sind wir zum Synchronen gekommen, über das Drehen eigentlich. Also ich erinnere mich wirklich erst an meine erste größere Rolle, da war ich schon 14 und habe den Birk Borkasson in Ronja, die Räubertochter gesprochen. Das war die erste große Kinofilmrolle. Die Stimme von Ryan Reynolds wurde ich, der Kim Hasper hat einen Kinofilm, war seine erste Regie im Kinobereich, hat er einen Film Amityville Horror aufgenommen. Da spielte Ryan Reynolds die Hauptrolle. Er war damals noch recht unbekannt und hat mich besetzt. Also danke Kim, gib dem Bier aus. Vorbereitet habe ich mich. Ich durfte mir den Film vorher ansehen. Das ist natürlich dann ganz geheim. In verschlossenen Räumen, Hochsicherheitsgefängnismäßig, durfte ich mir diesen Film angucken. Wir sehen wirklich so eine Rohfassung. Je nachdem, wie wichtig der Film ist, also bei den Spielberg-Filmen und so, da ist dann dieses Rotoskop. Da sieht man wirklich nur Ausschnitte von den Gesichtern der Schauspieler. Sieht überhaupt nicht, wo das spielt, was die da gerade machen. Bei Deadpool war es jetzt der Fall. Es war eine Schwarz-Weiß-Kopie. Dann hat man immer so, das heißt Wasserzeichen. Das heißt, der Verleih wird als Schriftzug übers Bild geblendet, so leicht durchsichtig, als würde man durch so eine Milchglas-Scheibe gucken, übertrieben. Und natürlich sieht man auch noch unfertige Sachen. Sachen, die animiert werden, sind noch nicht fertig animiert. Und man sieht teilweise in der Tat, dass das in der Greenbox gedreht wird und so. Das ist dann alles noch nicht fertig. Und war total begeistert, was Ryan Reynolds da macht oder was die Figur von Deadpool halt auch ausmacht. Dieser Anti-Superheld, Rebell, Querulant, alles, was er ist halt. Der Chris Evans spielt den Captain America ja sehr gerade, sehr patriotisch, voller, voller, ja, also im Vergleich zu Deadpool ist natürlich Captain America der Vorzeigesuperheld, der Gutmensch. Das gefällt mir sehr gut. Und der spricht natürlich ein bisschen tiefer und klarer und sehr selbstbewusst. Und Deadpool ist auch selbstbewusst, ist aber viel überdrehter. Also den Deadpool spreche ich auch viel höher. Und der macht ja auch viel mehr Blödsinn und quäkt rum und singt. Das gibt es bei Captain America ja nicht. Ich gucke mir an, was der Schauspieler vorgibt. Natürlich weiß ich auch, was in der Szene passiert und versuche dann da ranzukommen, was der Originalschauspieler macht. Und bin dann auch konzentriert. Aber dass man jetzt so in eine Rolle eintaucht, als würde ich jetzt den ganzen Tag am Set sein und die Rolle spielen, ich glaube, das wäre übertrieben, wenn ich das sagen würde. Aber in dem Moment versuche ich natürlich schon die Empfindungen und die Haltung nachzuahmen und mitzuspielen.